...Kampf im Schwergewicht, 91 Kilogramm, in der rote Nelke für NSV. ...Johann Witt und in der rote Nelke für den Vellmutter Boxclub, Stefan Siegweiler. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Rundfunk und in der Rote Nelke für NSV. Ringfrei, Rundfunk und in der Rote Nelke für NSV. Schöpfe! 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 Der Mann! Der Mann! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Er hat 89 Kämpfe bestritten, davon 72 Sieben reif. Er ist Dritter der Europameisterschaften und amtierender Deutscher Meister. Johann Witt Ringwahl in Runde 2 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Stefan Sittner 5.7.84 geboren 151 Kämpfe, davon 104 Siege Er ist norddeutscher Meister und deutscher Vizemeister Stefan Sittner Ringfeil, Runde 3 Ringfeil, Runde 3 Ringfeil, Runde 3 Ringfeil, Runde 3 Das war's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020